Musik Filmmusik ist ja ein spannendes Feld. Es gibt ein Zitat von Danny Elfman, der gesagt hat, Musik ist eigentlich das Wichtigste im Film. Die Bilder sind nur zweitrangig, denn die Musik leitet einen. Sie gibt die Richtung vor und wirkt sozusagen auf die Gefühlsebene sehr viel mehr als die Bilder sind. Ich nehme an, wir alle auf diesem Podium stimmen denen uneingeschränkt zu. Die Frage ist, wie aber eigentlich kommt, um mal so ein bisschen vorne anzufangen, wie eigentlich kommt die Musik zum Film, beziehungsweise wie kommt der Komponist zum Film? Es gibt Regisseure, das liegt natürlich auch an den Regisseuren, die schon zum Dreh Filmmusik haben wollen, andere wieder natürlich. Und das ist auch so, dass da wirklich der Prozess losgeht, wenn der Schnitt fertig ist. Aber gemeinsam so eine Welt zu erschaffen, die wir auch dem Publikum bieten wollen. Also eine Welt, in die man hineinschlüpfen kann, wo die Musik natürlich sehr, sehr viel hilft, also gerade auf der emotionalen Ebene. Da mit dem Regisseur zusammenzuarbeiten und mit dem Produzenten, was natürlich auch der nächste Punkt ist, was sehr wichtig ist, dass man nicht nur diese Welt kreiert, sondern dass alle an einem Strang ziehen. Und ja, also so macht das Spaß. Aus meiner Sicht ist es so, dass es, also vielleicht wie in der Begegnung sonst, auch in der Liebe, es gibt Momentfilme, dass es, gerade mal eine lange Vorlaufzeit, kennt schon das Drehbuch, und in einem anderen Film kommt man ganz spät rein, vielleicht, weil ein anderer Komponist verworfen wurde, oder es ging nicht mit dem. Und es kann trotzdem wunderbar, so wie Liebe auf den ersten Blick, und es kommen auch die richtigen Einfälle. Und manchmal entwickelt sich das Stück für Stück. Und ist es aber doch schwer. Also ich meine, wenn wir alle jetzt in diesem Raum fragen würden, was wir unter Musik verstehen, also zum Beispiel unter emotionaler Musik, unter flotter Musik, wie auch immer, dann hätten wir wahrscheinlich alle eine ganz unterschiedliche Meinung. Wie ist denn das in der Realität? Gibt es nicht sozusagen als erstes, außer man arbeitet jetzt schon den vierten Film mit einem Regisseur, die Frage, was eigentlich genau will der Regisseur, also die Kommunikationsebene, das stelle ich mir relativ schwierig vor, oder? Ja, das ist ja auch eigentlich unser Job. Also ich finde, es geht eigentlich, ich sage oft, ich bin gar kein Komponist, ich bin so eher der Musikvertraute des Regisseurs. Ich versuche zu verstehen, was ich da machen möchte, und eben die Musik zu finden, die für ihn passt und für mich passt, und die auch nur Spaß macht. Und das ist schon mal natürlich schwierig, sich da so einzukroofen, aber wenn man da mal ein bisschen Vertrauen gefunden hat, zueinander, und der Regisseur dann auch merkt, ja, das geht in die richtige Richtung, oder da gehen ganz neue Dinge auf, ja, und dann entwickelt sich das so. Am schönsten ist es natürlich, wenn man mit dem, man hat es jetzt schon von Heiko angesprochen, wenn man mit dem Regisseur ein Verhältnis aufbaut, indem er sich gegenseitig, letztendlich zu dem Endergebnis der fertigen Musik, gegenseitig so inspiriert, dass die am Schluss da ist. Also, das ist schon auch, darf man nicht unterschätzen, dass ganz oft ich denke, ah, ich habe schon super, die Musik ist schon super, und dann kommt der Regisseur und sagt, ja, dann noch ein bisschen so, denk mal daran, denk mal daran, und dann im Idealfall entsteht dann was ganz Besonderes. Das Schönste, was uns passieren kann, sind natürlich offene Regisseure, die nicht fixe Ideen in ihrem Kopf haben, sondern die plötzlich sagen, was passiert denn jetzt mit meinem Film, wenn die Musik dazu kommt, das ist toll, ne? Nun reden ja beim Filmen nicht nur der Regisseur mit, sondern die Produzenten, der Verleiher, wer auch immer. Wie ist das in so einer Arbeit? Kann man das schaffen, die rauszuhalten, oder beziehungsweise im Idealfall reden die natürlich alle in die gleiche Richtung und finden alles gut, aber wie ist das, wenn es schwierig wird, Matthias? Also ich muss jetzt für meinen Teil sagen, dass ich jetzt noch selten das Pech hatte, dass der Produzent tatsächlich da eingegriffen hat. Das kommt noch. Ich habe gesagt, ja. Aber man muss natürlich da, die Kommunikation ist alles. Ich habe auch kein Problem, wenn jetzt der Produzent auch noch eine Meinung hat. Das Problem entsteht bloß, wenn sich die Meinungen der Auftraggeber widersprechen, und da muss man einfach ganz klar das auch kommunizieren. Der Produzent, habe ich jetzt schon festgestellt, dass die ersten, jetzt im Fernsehen zum Beispiel, sind die ersten Minuten entscheidend, dass nicht umgeschaltet wird. Da muss quasi die Musik in den ersten zwei Minuten den Zuschauer so überzeugen, dass er auf jeden Fall jetzt nicht den Kanal wechselt. Das ist die Produzentensache. Im Kino hat man mehr Ruhe, weil wenn man im Kinosessel sitzt, dann sitzt man mal, da steht man nicht unbedingt so schnell auf. Und wenn man das auch versteht, was die einzelnen Motive der Auftraggeber sind, dann kann man da eigentlich einen Weg finden, der dann im Idealfall für alle passt. Ich hatte doch einmal erhebliche Schwierigkeiten mit der Produktion. Die wollten nämlich die Musik und auch den Titel so gar nicht, was ich gemacht habe. Und das war bei die Blindgänger. Und im Endeffekt ist es aber so gekommen, dass wir die Musik genauso gemacht haben, wie der Regisseur und ich es wollten. Und dann ist der Film, hat er den deutschen Filmpreis gekriegt und die Musik ist in Gera dann sogar als beste Filmmusik preisgekrönt worden. Und die wurde vorher total, so geht das gar nicht, das geht überhaupt nicht. Sowas gibt es natürlich auch. Ich weiß nicht, ich glaube alle haben teilweise auch schon fürs Fernsehen gearbeitet. Ist das ein großer Unterschied? Also nicht nur was die Budgets angeht? Die Mechanismen sind inzwischen ähnlich geworden. Also Kino macht natürlich viel mehr Spaß. Es sind größere Freiheiten, es reden weniger Leute mit. Aber inzwischen also die Position, man hat davon gehört, also beim Fernsehen sind es ja Redakteure, die dann außerdem noch reinreden und nicht nur einer, sondern sind also außer Regisseur, Produzent, meinetwegen sogar drei bis vier Redakteure, die noch mitreden wollen, alle in der Musik. Und das ist das Dilemma und so. Das ist ungefähr dasselbe Dilemma, was Autoren haben, haben Komponisten auch. Also lesen kann jeder, also reden alle am Buch mit und vorwerken darum. Musik hören kann jeder, hat seine Vorlieben und deswegen redet da auch jeder mit. Und deswegen muss man da schon eine relativ starke Position und Meinung haben. Im Kino sind natürlich größere Freiräume, aber wir haben ja auch Verleiher und sowas, die inzwischen schon fast die Positionen von Redakteuren im Fernsehen eingenommen haben. Der Zeitfaktor ist ja auch immer so ein Punkt, wie lange, wenn man das so über den Daumen sagen kann, wie lange braucht man für eine gute Filmmusik? Minimum vier bis sechs Wochen hängt dann von der Produktion auch ab. Wenn man jetzt irgendwie Orchester einspielen muss oder größere Aufnahmen macht, dann dauert das sicher noch ein bisschen länger, wenn man dann auch alle Noten schreiben muss und also ich denke mal Minimum vier bis sechs Wochen und nach oben sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Wenn das eben der finanzielle Rahmen hergibt, dass man noch länger dran arbeitet, dann ist es sicher auch schön, wenn man nicht so unter Stress arbeitet. Ganz oft ist es ja so, dass man weiß, ich muss bis nächste Woche, Mittwoch irgendwie die nächste Fassung abliefern und dann geht es manchmal am Schluss sehr schnell. Mir geht es manchmal auch so, dass dieser Druck dann auch einen noch ein bisschen zu Entscheidungen auch zwingt, die dann auch gut sind. Manchmal, da sitzt man dann und denkt irgendwie, mach ich es jetzt so, mach ich es jetzt so, hat man zu viel Zeit, dann probiert man auch viel aus und manchmal ist es auch ganz gut, wenn man so ein bisschen Druck hat, so geht es mir zumindest. Ich liebe diese letzte Woche. Ich finde das ja toll, auch wenn man jahrelang daran gearbeitet hat, also vor allem der Regisseur und in diesen fünf Tagen, vier Tagen muss Entscheidungen gefällt werden. Da müssen Entscheidungen gefällt werden und ich finde das richtig, das ist inspirierend. Befreiend? Ich finde es toll. Auch wenn es heißt, dass mal eine Musik von mir rausfliegt. Ich habe eigentlich nie angefangen zu komponieren, bevor ich den Rohschnitt gesehen habe. Wenn ich das Buch, da habe ich ja irgendwelche Ideen, aber ich habe keine konkreten Töne entworfen oder so. Also ist der Termin zwischen Rohschnitt, also die Zeitspanne zwischen Rohschnitt und Mischung ist die eigentliche Arbeitszeit. Nun ist es aber doch auch so, also um mal jetzt sozusagen so ein bisschen aus der Realität zu plaudern, also ein Film wird gedreht, dann geht er in die Postproduktion, dann gibt es irgendwann einen Rohschnitt und in diesem Rohschnitt ist ganz viel Musik, weil der Cutter zum Beispiel sich hingesetzt hat und aus den großen Welthits des Universums von Danny Elfman bis Hans Zimmer die Musiken ausgesucht hat und dann ist der Film sozusagen durchgetemmt und dann kommt der arme Komponist und muss genau das nachmachen, was im Film schon drin ist quasi. Deswegen muss man als Komponist, also wenn es irgendwie möglich ist, und das ist mir bis jetzt auch jedes Mal gelungen, beim Schnitt, deswegen ist auch genau dieser Ansatz richtig, der Rohschnitt ist da, es wird angefangen zu schneiden und ich versuche sofort einen guten Draht aufzubauen zur Schnittmeisterin oder zum Schnittmeister, um selber diese Musiken raufzulegen und dann bringe ich die Temp-Musiken ran. Im besten Falle, ich weiß nicht, ob es der beste Fall ist, man kann auch auf seine eigenen Musiken festgenagelt werden, aber auf eine Musikrichtung, es gibt so, so viele, hunderte, tausende Scores, wo man selber sagt, in diese Richtung würde ich gerne was machen und ich denke, dass das für den Film genau richtig ist. Und dann wird peu a peu die getemptete Musik, also getemptet von Temporary Music, muss man ja auch erklären, also die bloß eben für Stimmung da ist, ist also nur zeitlich begrenzt, wird dann nach und nach ausgetauscht mit meiner Musik in dem Stil, keiner ist überrascht und alles kann gut ausgehen. Ist es besonders schwierig, wenn der Regisseur, wie im Falle von Tom, selber auch noch Musiker ist und Musik mitmacht, da Musik für zu produzieren beziehungsweise zu schreiben? Überhaupt nicht. Tom kennt diesen Chor, der kennt mich und hat gesagt, mach mir mal was für den Film, ich brauche deine Chormusik. Und der Text für das Chorstück, da hatte ich plötzlich so eine Intuition, ich weiß nicht, bin ich, wie es manchmal so ist, kam ich auf diesen Choral aus dem Weihnachtsoratorium, Brich an, du schönes Morgenlicht, unverständlich geworden durch Verdrehung und doch da, das habe ich dann nämlich gemacht, die einzelnen Silben werden rückwärts gesprochen und gesungen. Also heißt der Text, Brich an, du schönes Morgenlicht, heißt, Chirpnaut nöchse Rom nechthil, Rom nechthil, du seilet mit mich und das ist was die, das ist sozusagen das Östliche, die singen Brich an, du schönes Morgenlicht. Was hat Tom gesagt, als er diesen Brief bekommen hat? Was hat er gesagt? Der hat sich sehr gefreut. Vor allen Dingen war es für mich schön durch diesen Auftrag und was er sozusagen orient-oxidend, dann kommt man dazu, sowas zu schreiben, so eine Musik, aber auch sich solche Gedanken zu machen. Das Lied in mir, das ist ja ein Debüt langen Film. Wie war das Arbeiten an der Musik? Jedes Stück, was jetzt im Film vorkommt, ist auch meistens wie jetzt hier, so eine Insel im Film, wo quasi die Tonebene geht weg und wir sind nur im Gefühl und sind nur in der Musik. Und ich glaube, deswegen ist die Musik vielleicht auch jetzt bei dem Film spürbarer als bei jetzt anderen Filmen, die ich jetzt auch schon vielleicht gemacht habe, wo dann zwar irgendwie 40, 50 Minuten Musik ist, die aber eher so parallel passiert, die gar nicht so wahrgenommen wird. Hier wird sie tatsächlich wahrgenommen an den schaden Stellen. Wir haben für jedes Stück eigentlich eine spezielle Emotion, man kann die ganz einfach benennen, die Stücke irgendwie. Nun ist es ja nicht das erste Mal, dass du mit Dennis Gansl, Regisseur dieses Films, zusammengearbeitet hast. Wird das einfacher durch das häufigere Arbeiten? Also hat man schneller eine gemeinsame Sprache bei diesem Film zum Beispiel gefunden? War das klar von Anfang an, wie das klingt? Das war so nicht klar. Es gab da auch so ein, zwei Musiken, ich nenne es immer die Säulen, auf denen steht dann so dieses grobe Gebäude, was man sich so vorstellt. Wenn man die mal hat, dann habe ich eigentlich sehr, sehr viel allein auch gemacht. Ich rede ja hier auch über Actionkino, also in diesem Fall. Und da sieht man mal, wie viel man auch machen kann mit der Musik. Manchmal ist es auch zu viel. Und es ist von meiner Seite auch immer nur ein Angebot. Das heißt, die haben nachher bei der Mischung, wo ich dann hoffentlich auch dabei sein kann, eben die Möglichkeit zu sagen, okay, ist wirklich zu viel oder lass mal da rausnehmen oder da bin ich auch total offen. Das heißt also, es gibt in dieser Mischungsphase ganz am Ende sozusagen, kurz vor Ende des Films oder Fertigstellung des Films, nochmal auch die Überlegung, ganz konkret, nimmt man nochmal Sachen raus, nimmt man Sachen wieder rein macht man sie leiser, lauter, wie auch immer. Ist das bei allen so? Also ist das bei euch auch so, dass ihr mit in die Mischung geht? Also das gibt es schon im Idealfall. Wenn man in der Mischung sitzt, dann kann man meistens nicht mehr wirklich jetzt an der Musik großartig was verändern. Da kann man tatsächlich nur noch Lautstärke oder weg. Oder vielleicht sagen, okay, wir machen mal die Percussions ein bisschen leiser oder so. Sowas kann man in der Mischung noch machen. Aber jetzt kommt irgendwas Neues kann man nicht machen. Deswegen versuche ich eigentlich schon früh dem Mischmeister oder dem Sounddesigner irgendwie meine Layouts zu geben, dass ich von denen schon mal ein Feedback bekomme, wenn die auch meinen, guck mal hier ist so viel Sounddesign, da ist die Musik zu dick oder mach doch du hier die Emotion oder die Sache über Musik, dann gehen wir mit dem Sounddesign ein bisschen zurück. Natürlich sitzt man am Ende in der Mischung und sagt, ich höre meine Musik nicht. Das ist sehr klar. Wir kennen jeden Ton. Wir kennen jede. Und dann sitzt man da drin und sagt, und dafür habe ich jetzt noch mal drei Wochen Feintuning gemacht. Heiko, noch mal eine Frage. Sind ernsthafte Filme oder ernsthafte Musik oder traurige oder emotionale Musik leichter als flotte Komödien? Also für mich auf jeden Fall. Warum? Weil ich kann, ja, ich bin einfach... Weil du nicht lustig bist? Ja, nee, ich bin lustig vielleicht, aber ich sage, das war schon immer so, ich habe auch immer eher schon melancholische Songs geschrieben und wenn ich gut drauf bin und das Wetter schön, dann sitze ich nicht im Studio. Ich bedanke mich bei allen Beteiligten. Wir werden am 8. wissen, wie es ausgeht, sozusagen das Rennen um die beste Filmmusik und die Lola. Ich wünsche allen viel Glück. Ist ein bisschen schwierig natürlich jetzt, aber... Klar. Ne? Kann man machen. Machen wir, Martin. Oder genau, du im Vorstand. Wir wünschen euch allen viel Glück. Vielen Dank, dass Sie da waren und ja, schönen Sonntag noch. Danke für die Einladung. Danke. Vielen Dank.